So, willkommen zurück zu The Universum. Wir spielen immer noch den Sky High Patch. In der letzten Folge oder in den letzten Folgen ist unser Kernkraftwerk fertig geworden. Dann Plastikfabrik, Elektronikkomponentefabrik, Treibstofffabrik, Chemiefabrik war glaube ich schon ein bisschen länger fertig. Was war das nochmal? Ach, Glaswerke. Okay, Glas haben wir ja noch genug. Weltraumbauzentrum ist unser nächstes Ziel. Dafür brauchen wir natürlich Zement wie immer. Was wir aber noch viel dringender brauchen, sind Leute mit Universitätsabschluss. Wir haben nur zwei Leute. Das ist zu wenig. Nahrungsmittel sieht ganz gut aus. Werden wir aber erstmal weiter so lassen. Bretter, Bretterfabrik sollte ich doch wieder eine anschmeißen. Ja, komm. Zwei Schichten. Ups, und Anschalt natürlich. Ähm, ja, was gab es noch zu sagen? Holz haben wir, Steine haben wir, Bretter ein bisschen gering. Eisen haben wir, Gas könnten wir mehr haben. Öl haben wir noch ein bisschen, Glas auch. Zement fehlt, wie immer. Das weiß ich leider nicht, was es ist. Stahlträger. Das könnte Treibstoff sein. Das müsste der Ballaststoff eventuell sein. Und das, uh, weiß Elektronik-Komponente. Irgendwie sowas. Gucken wir mal, hier brennt es irgendwo wieder. Äh, normalerweise müsste ich hier immer die Quietsche-Engine rausnehmen. Das, äh, Nuggets sind infiziert. Moment, Moment. Wo ist das jetzt schon wieder passiert? Oh Gott. Und, um Gottes Willen, vielleicht an irgendeinem Krankenhaus? Nee, hier ist einfach unverändert da einer gefangen. Hm, komm, wir packen dich rein. So haben wir zumindest in zwei Schichten jemanden da. Genau so hier. Auch wenn du faul bist, rein da. Krankenhäuser. Ich weiß, du bist nicht qualifiziert. Egal. Universität kommt, bildet Leute aus. Auch wenn sie scheiße sind. Hm, liefert Ressourcen. Ihr sollt, gewinnt Gas. Nein, ihr sollt. Arbeiten. Äh, Quatsch. Lernen. Warum haben meine Rentner Zeit in die Schule zu gehen? Tut nichts. Ja. Geh in die Uni. Ruht sich aus. Nein. Das läuft so dermaßen schlecht. Kommt, wir müssen Leute verheiraten. Es hat keinen Sinn. Da ist jemand pinkes. Könnt ihr nicht einen Knopf erfinden, hier einfach irgendwelche wilden Verkupplungsaktionen da zu starten und gut ist. So. Alles blau. Hm. Keine pinken hier in der Nähe. Hier auch. Feuer entfacht. Schnell. Aua. 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 Regenwolke. Und gleich schauen. Was sind hier? Pinke Säulen am Himmel. Da. Was ist hier falsch? So. Alles blau. Alles. Da hinten. Nuggets infiziert. Verdammt. Katastrophe. Katastrophe. Heilung, 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 Heilung. Noch irgendjemand betroffen? 13. 13 sollten noch infiziert sein. Ähm. Ich sehe nur nicht wo. Hier ist einer. Blink, blink, blink. Oh Gott. Nur noch einer mit Uniabschluss. Feuer entfacht zur Taverne. Schnell. Schwupps. Universitäten. Macht doch mal was. Auf dem Hof arbeiten willst du mich verarschen. Du bist fast fertig hier mit deiner Ausbildung. Geheilt. Boah. Hat sich ja schlimm verletzt. So. Geheilt. Die neuen Krankenhäuser sind. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Sind scheiße. Die neuen Krankenhäuser sind scheiße. Da ich die Leute da drin einfach nicht erreiche, zu meilen. Ich kann sie nicht greifen. Sie sind einfach unantastbar. Fest auf dem Bauernhof. Tralalalala. Das ist echt mies. Was machen wir da? Ach, wir sind wohl auch gerade im Winter. Hm. Na, wobei. Wasserversorgung steht noch. Aua. Wir müssen mal kurz schauen. Wie lange haben wir noch den Baff? Oder haben wir den nur so lange, wie der Führer lebt? Dass wir mehr Kinder bekommen? Oh, verdammt. Wie sieht es bei unserem Weltraumbahnhof aus? Ballaststoff. Ballaststoff. Ach, was könnte das sein? Was könnte das sein? Ballaststoff. Den machen wir mal aus. Diese Wasserpumpe. Und hier haben wir schon aus. Der hat wieder Probleme. Zu wenig Sauerstoff in der Luft. Öl, Gas. Ein bisschen Zement ist jetzt wieder da. Puh. Universität. Wie sieht es hier bei euch aus? Tut nichts. Oh Gott. Feuer. Feuer und dann gleich noch eine Infektion. Wo ist das denn? Äh, nein. Wolkenbruch. Nuggets infiziert. Äh, schauen wir mal. Das wird doch nicht wieder... irgendein Bauernwurf sein, oder? Ich sehe leider nicht, wo jemand infiziert ist. Der Frühling beginnt. Die Leute freuen sich. So, Weltraumbahnhof. Immer noch nicht. Hm. Das gibt's nicht. Haben wir in der Schule keine Lehrer? Zack. Alles aus. Schule an. Hm, tatsächlich nicht. Okay, hier ein, da ein. Wobei... Ja. Klatschen die Schulen erst mal voll mit Lehrern? So. Äh, Moment. Was ist jetzt schon wieder? Feuer. Irgendwo. Und du hast Feuer gemeldet. Willst du mich veralbern? Wo hast du denn Feuer gesehen? Pest verbreiten. Okay, schnell. Schnell da hin. Okay, jetzt kommt ein Sturm. Okay. Jetzt kommt ein Sturm. Hier hinten brennt's. Hier hinten brennt's. Das Feuer schon mal gefunden. Gefunden. Ein Brunnen. Okay. Moderner Bunker ist fertig. War das der, den ich abgerissen habe, weil die Leute da drin gefangen waren? Jawohl. Jetzt, Universität. Wir brauchen... Wir brauchen Leute. trinkt versteckt sich im bunker versteckt sich im bunker nein meine leute sind einfach zu blöd fleißig immun ach komm dann du das war einer der wohl fast ausgelernt hatte egal weiter immun nicht besonders lange kannst du hier mitmachen 74 sie sind einfach zu alt wenn sie aus der uni rauskommen ich brauche vernünftiges personal für die uni könnt ihr nicht mal zwei drei leute aus ein 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 arzt ein arzt wobei arzt ist auch nee wir nehmen jetzt dich raus jawohl und stattdessen kommt der arzt rein dass sich mal hier irgendwas tut im krankenhaus ja werden wir schon irgendwie leute finden die eine spritze setzen können der hat sich wieder einer verletzt nein ich will das krankenhaus das sind zumindest keine kompletten idioten die ich im krankenhaus habe genau ja ich glaube eine kommen doch rein Das nächste Feuer... Oh, Lenk braucht Ressourcen. Scheiße, die wollen nicht handeln. Gut, gucken wir mal. Was braucht ihr denn? Steine haben wir. Oh, nicht mehr viel. Holz hätten wir. Auf jeden Fall. Okay. Lenk, das sind doch die, die noch nicht so ganz mit uns befreundet sind. Nein, das ist WoCity. Wo war noch mal Lenk? Nuggets infiziert. Ach, kommt. Tut mir das doch nicht an. Tut mir das doch nicht an. Bauernhof. Wo sind die anderen Infizierten? Die laufen hier lustig draußen rum. Zack und zack. Puh, puh, puh. Es soll nicht sein. Universität. Der ist 97, der andere ist 86. Tut nichts. Geht doch in die Uni, Leute. Geht in die Uni. Studiert. Habt Spaß. Feiert. Oh, weia. So, dann gucken wir mal zu unserem Raumfahrt-Dingsbums da. Raumfahrtbauzentrum priorisieren. Ballaststoffe. Ballaststoffe. Was sollen diese Ballaststoffe sein? Feuer entfacht. Gaskraft... Oh Gott. Äh, Kraftwerk ist... Uncool. Wenn es da brennen würde... Dann reicht unser Strom nicht mehr ganz. ...puhh. Puh. So. Sauerstoffenmangel. Nein kann keine Regenwolke über dich schicken? What? Regen wäre bestimmt auch eine tolle Sache für dich. So. Komm, wir pflanzen hier ein paar Bäumchen. Und da. So, irgendwann werden uns die Steine ausgehen. Fest auf dem Bauernhof. Na, klasse. Schnell dahin. Und dann beenden wir auch mal die Folge. Jetzt schnell ihr noch ein, zwei Leute heilen. Wenn ich einen sehe. So. Hier noch irgendjemand. Gut. Und dann Ende für diese Folge. Tschüss, ciao, bye, bye.